Das ist ja wohl, das ist ja wohl kein Team hier, oder? Die wissen schon, dass das nicht erlaubt ist im One in the Chamber. Na egal, die Freekills. Hallo Leute, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde One in the Chamber. Und wir spielen heute mal wieder auf dem Captain Eric Account. Denn ich habe ja schon, keine Ahnung, ich glaube, drei Monate oder so das ganze Jahr. Auf jeden Fall noch kein One in the Chamber auf dem Account hier gespielt. Warum, zeige ich euch jetzt mal. Ich habe nicht genau 250.000 Punkte. Das kam durch so einen Zufall. Und Meadow ist gerade gejoint, warum auch immer. Auf jeden Fall war das total der Zufall, dass ich genau 250.000 Punkte hatte. Und da habe ich mir gedacht, lasse ich das erstmal ein bisschen so. Weil irgendwie ist das eine volle coole Zahl. Und dann genau 250k ist natürlich richtig mega geil. Und jetzt zocke ich einfach mal eine Runde One in the Chamber, weil ich dazu Bock habe. Und ich habe echt im Moment richtig viel Bock. Und ich habe für den neuen Map gewartet. Es gibt nicht eine neue Map tatsächlich. One in the Chamber Temporous Turum oder so, keine Ahnung. Äh, pfff, noch nie gespielt. Ähm, wir werden uns das Ganze jetzt mal angucken. Und ich hoffe einfach mal, dass ich eine gute Runde reiße. Weil ich habe ja schon richtig lange One in the Chamber gespielt. Deswegen könnte das eigentlich ziemlich schlecht werden. Aber, naja, ich hoffe einfach mal, dass es gut wird. Äh, die Map, so kenne ich jetzt gar nicht. Und Mellow ist schon tot. Bei ihm läuft richtig. Ähm, also irgendwie die Map finde ich nicht so gut. Sie ist viel zu verwinkelt dafür, dass man hier One in the Chamber spielen könnte. Und da hinten hätten wir einen. Und den haben wir doch direkt mal geholt. Ich bin ja doch gar nicht mehr so kacke. Ein Kill haben wir schon mal. Da kann ich das auf jeden Fall hochladen. Ähm, ja, jetzt habe ich keine 250.000 Punkte mehr. Aber das ist ja auch egal. Weil ich ja sowieso wieder One in the Chamber spielen möchte. Denn es bockt richtig im Moment. Und den habe ich nicht erwischt, Mellow. Ähm, den würde ich aber gerne holen. Los, schieß. Na los, du Schlingel, du. Komm schon. Oh mein Gott, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Und da kommt der jetzt natürlich wieder an. Und da hinten will jemand abstauben. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das war knapp. Halbes Herz noch. GG auf jeden Fall. Und da hätten wir den nächsten. Und das war schlecht. Jetzt muss ich ein bisschen weglaufen. Und weil ich ein One-Hit bin. Andererseits, warum eigentlich nicht? Ich fight jetzt einfach gegen den. Okay, aber klar. Ähm, oh mein Gott, es gibt ja auch noch einen Innenraum. Einen Innenraum. Oha. Ähm, und zack, den hätten wir. Äh, ich habe echt mega lange kein One in the Chamber gespielt. Das ist richtig komisch jetzt zu spielen. Und sorry halt für den No-Skill, weil ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist ja wohl, das ist ja wohl kein Team hier, oder? Die wissen schon, dass das nicht erlaubt ist im One in the Chamber. Egal, eh Free-Kills. So. Ähm, wow. Nein, shit, okay. Oh mein Gott, meine Range gerade. Ich habe, glaube ich, einen ganz guten Pin gerade. Für meine Verhältnisse jedenfalls. Ähm, und ja. Also ich habe echt kein Thema für diese Folge, außer dass ich so mega schlecht geworden bin. Eigentlich. Aber ich bin ja trotzdem ganz nett. Oh mein Gott. Ja, jetzt hat er mich auch mal gekillt, dieser Block-Hitter. Ähm. Okay, da schieße ich jetzt mal nicht hin. Das wäre viel zu YOLO. Ähm, aber, oder? Schieße ich? Ja, natürlich schieße ich. Und ich treffe sogar. Oh mein Gott. Ich habe so lange nicht mehr gespielt und treffe trotzdem noch den einen oder anderen Pfeil. Das ist ja mal richtig cool. Oh man, ich habe gerade so Bock auf one in the Chamber. Ich will das jetzt unbedingt spielen. Also, mehr spielen wieder. So, da hinten hätten wir noch einen, den wir nicht treffen. Ich müsste jetzt beide abstauben. Und da hinten kommt noch einer, der abstauben will. Oh, nein. Oh mein Gott, der hackt. Der hackt auch noch. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, wie er sich umgedreht hat? Und dann direkt noch gehittet. Ja, ja, ja. Ähm. Kann ich da rein? Da kann ich hoch. Okay, da ist einer. So, den hätten wir. Äh, da ist noch ein Name. Den holen wir uns jetzt auch nochmal. Okay, der Hacker gewinnt anscheinend, was ich irgendwie ein bisschen uncool finde. Weil es gibt einfach... Oh mein Gott, der hackt einfach. Oh mein Gott. Ich kann noch nicht drauf. Klar, ich glaube, ich reporte den einfach, wenn er gewinnt. Weil ich es unfair finde, wenn er gewinnt. Nur, weil er gehackt hat. Und ihr habt hier gesehen, dass es ein Noob war. Ähm. Also, ich weiß nicht, ob es ein Hacker war. Es sah auf jeden Fall so aus. Ähm. Okay, jetzt hackt er anstellt gerade nicht. Obwohl er blockiert und mich trotzdem ziemlich gut trifft. Könnte eigentlich doch sein. Und ja, leck mich doch, du Noob. Was ein Noob. Du bist ein Noob. Learn pro Play, mein Freund. Naja, egal. Also, ich will mich jetzt nicht über die Typen aufregen. Sondern hier noch ein bisschen spielen, was Spaß macht. Und ich bin ja doch ganz gut. Ich habe ja fast 10 Kills. Schaffe ich 10 Kills? Wenn ich ihn treffen würde... Oh ja, 10 Kills. Nice. Okay. Ich würde sagen, ich hänge einfach nur eine Runde hinten ran. Weil es mir einfach so richtig viel Spaß macht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So Leute, da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde. Und mir fällt gerade auf, dass es einfach noch eine neue Map gibt. Also, es scheinen irgendwie voll viele neue Maps dazu gekommen zu sein. Und ich werde auf jeden Fall gleich nochmal vielleicht sogar ein bisschen mehr aufnehmen. Weil es gibt ja neue Maps und so. Und das ist einfach mega geil, dass die einfach so viele neue Maps gemacht haben. Und ich habe davon einfach kaum was mitbekommen. Und... Zack. Oh Mann, hä? Von wo wurde der... Ach, von da hinten. Okay. Ja, aber wir spielen jetzt nochmal Portal. Eine der guten alten Zeiten im Map. Und ich lagge ein wenig, was man, glaube ich, sieht. Aber, naja. So. Ähm. Den da hinten snacken wir uns. Oder nicht? Ich glaube, ich gehe mal hier längs. So, und B60 und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war schlecht. Wie viele Leute sind hier eigentlich gerade? Das ist richtig krass. Komm, den will ich. Nein. Lass mich in Ruhe. Und das war so klar, dass mich jemand... Okay, ich habe gedacht, mich will hiermit abstauben. Oh mein Gott, wie ich lagge. Oh Mann. Oh Mann. Und ich kann einfach nicht kommentieren. Und deswegen alle weggesnackt. Ich kann einfach nicht kommentieren, wenn ich mal eine Gemma nehme. Ist halt so. Aber ich würde gerne mehr Videos darüber machen. Okay. Warum lagge ich denn gerade so? Ist richtig abnormal. Ähm. Hallo. Hallo Steve. Cheese. Hallo Steve. Frieden. Ja, Frieden. Ich will Team. Spaß. Ich will kein Team mit dir. Und da ist er tot, der Steve. Ähm. Naja. Also. Ne? Und so. Ich weiß gar nicht, über was ich reden soll. Ich kann wohl in der Gemma einfach nicht kommentieren. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Also ich kann es jedenfalls nicht. Vielleicht kann es irgendjemand anders. Aber ich kann es nicht. Ich kann es aber ein bisschen spielen. Zum Glück. Sonst. Wäre ich nicht. Irgendwie 30. Auf Niederbott oder so. Und das obwohl ich drei Wochen lang nicht, äh drei Monate lang nicht gespielt habe. Ich bin immer noch 30. Also ich bin kaum abgerutscht. Wobei ich glaube, das spielt im Moment auch nicht so. Also spielt im Moment glaube ich keiner. Naja. So. Auf jeden Fall werde ich es jetzt öfter spielen. Und auf jeden Fall 1000 Wins mache ich, weil das sind noch irgendwie 300 oder so. Und die schaffe ich ja wohl noch. Genauso wie ich den hier noch schaffe. Und den hinter mir. Ja. Natürlich. Und das obwohl ich lagge. Das ist ja echt, äh. So. Und der weiß nicht, dass ich noch einen Pfeil habe. Ja. Nice. Und da hinten ist noch einer. Ah ja. Da hinten sind sogar zwei. Und da kommt noch einer. Und einen würde ich mir snappen. Gerne. Oh mein Gott. Das laggt einfach. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass es laggt. Aber manchmal sieht man es schon richtig heftig. Und das war richtig der Lackschuss. So. Und. Zack. Shit. Und den haben wir auch. Nice. Ähm. Ich würde gerne nochmal einen 3-6-7 machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch kann. Weil. Das habe ich früher richtig aufgemacht. Aber ich glaube, ich kann es nicht mehr. Wenn der jetzt mal herkommen würde. Komm her. Komm her. Ach man. Ich will jetzt 3-6-7 machen. Komm her jetzt. Das leben eh nicht mehr so viele. Ähm. Ach. Ich gehe jetzt einfach hin. Ich mache noch ein paar Kills. So. Und. Zack. Okay. Ich habe keinen erwischt. Aber jetzt stauben wir ab. So. Erster abgestaubt. Zweiter abgestaubt. Ich bin gut in dem Spiel. Ich habe es verstanden. So. Äh. Und da hinten hätten wir noch einen. Den wir hier von nicht treffen. Aber wie nach. Wenn wir nach hier gehen. Oh mein Gott. Ich kann einfach gar nicht kommentieren. Wenn ich wohne im Ditcher-Marspiel. Das ist richtig schlimm. So. Haben wir den auch. Nein. Haben wir nicht. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ich muss es auf jeden Fall noch mal üben. Mit dem Spielen und so. Aber ich habe tatsächlich eine Runde gewonnen. Und das. Obwohl ich so lange nicht gespielt habe. Ähm. Ja. Leute. Ich hoffe euch hat das Video jetzt so weit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Schreibt mal Hashtag. Ähm. Hashtag. 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 Ich muss jetzt irgendwas überlegen. Was auch mit One of the Chamber zu tun hat. Oder so. Ähm. Aber ich würde sagen. Schreibt einfach mal Hashtag. Äh. Ich weiß nicht. Schreibt Hashtag Tokens in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Hashtag Tokens. Und. Äh. Weil wegen. Ich weiß auch nicht wieso. Aber auf jeden Fall. Hoffe ich. Dass euch das Video es heute gefallen hat. Obwohl ich kaum kommentieren kann. Egal. Ich hole Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.